Servus, ich bin der Immanuel Taffer-Zufa. Ich bin 23 Jahre alt und spiele im Mittelfeld. Ich bin ein sehr familiärer Mensch. Ich habe eine große Familie auch zu Hause und auf dem Platz bin ich ein Kämpfertyp. Ich gebe immer Gas. Ich denke schon, dass ich mich reinhaue, dass ich der Mannschaft so gut helfen kann. Ich bin läuferisch stark. Vielleicht mit dem ein oder anderen Tor in der Saison wäre das noch ganz gut. Dann würde ich der Mannschaft noch mehr helfen können. Am Abschluss auch am Zutrauen an der Offensivaktion. Da muss ich mir mehr zutrauen. Ich hatte gute Hilfe durch den Felix Müller, der auch hergewechselt ist, und Dackfuß. Korbinian Vollmann von 60 kenne ich noch sehr gut. Aber auch die anderen haben mich gut aufgenommen. Mit den Neuen alles top. Wir verstehen uns echt gut. Ich bin echt glücklich und freue mich, dass es bald losgeht. Was ist der Mannschaft? Es ist ein kleiner, familiärer Verein. Aber ich spiele einen guten Fußball. Letzte Saison. Die Hinrunde war sehr gut, was ich so verfolgt habe und mitbekommen habe. Die Mannschaft passt sehr gut zueinander. Wir geben alle Gas. Das war eigentlich so das meiste. Die Gespräche mit dem Trainer und auch mit Ottmar Schork waren natürlich sehr gut. Aber auch wieder in der zweiten Liga zu spielen. Ich bin ja mit Würzburg abgestiegen. Ich bin schon froh, dass ich jetzt wieder in der zweiten Liga spielen kann.